Hallo alle zusammen, ich habe hier die Ladebank, mit der man verschiedene Samsung-Geräte laden kann. Hier sind die Samsung Buds, die Galaxy Watch 3 und ein S21 FE. Man sieht ja beim S21 FE schon, er ist 47% voll, das heißt er braucht noch 1 Stunde 40 Minuten, bis er dann komplett voll geladen ist. Hier haben wir die Galaxy Watch, sieht man auch das Ladesymbol und auch hier bei den Buds, ups, jetzt sieht man es nicht mehr, hat dieses rote Licht geleuchtet, es hat also super funktioniert. Man kann alle drei Gegenstände auf einmal vollladen und das sehr unkompliziert und wie ich finde auch in einem recht schicken Design. Gucken wir uns das also auch noch hier nochmal an, alles schön hochfertig, sauber verarbeitet, hier ist gummiert, das Ganze, dass wenn das Handy drauf ist, das nicht runterrutschen kann, auch hier sind Gumminopfen drauf, dass diese Galaxy Watch hier sehr gut drauf passt und hinten sieht das Ganze auch recht ordentlich aus. Ich weiß nicht, ob hier Lüftungsschlitze sogar drin sind, dass das Ganze nicht so warm wird.